Dexos Try hat eine Frage, die wir beide sehr kontrovers beantworten werden. Oh, das ist jetzt für die vierte? Das ist die dritte jetzt. Oh, okay. Sorry. Habt ihr Invincible geguckt? Ja, haben wir. Haben wir geguckt? Wurde auch gefragt, ob ich ein Video dazu machen will. Aber ich weiß, dass nach meinem Last Jedi Video und nach meinem Jurassic World Video und nach meinem MCU-muss-enden Video, würde ich mich damit endgültig auf die Abschlussliste stellen. Denn ich finde Invincible überbewertet und nicht gut. Vielleicht muss ich denn das Video machen, weil ich schließe mich dem an. Ich finde es auch überbewertet und nicht gut. Vor allem die Story fand ich für acht Episoden viel zu lahm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, ich fasse jetzt einfach mal alles zusammen. Wisst ihr was? Leute haben mich gefragt, machst du ein Video zu Invincible? Eventuell werde ich diesen Monolog, der jetzt kommt, rausklippen und hochladen. Aber wir haben doch schon bald Feierabend. Es geht schnell, ich fasse es zusammen. Invincible ist nett, ist für mich aber eigentlich nur als jemand, der wirklich ein Comic-Fan ist und ein Comic kennt und liest und auch die Filme und so weiter kennt, ist für mich eigentlich nur zusammengeklaut aus Sachen, die es besser machen. Der Bösewicht, der eigentlich für The Great or Good was macht, ist Watchmen. Nur hier ist es schlechter. Bisschen Superman geklaut, bisschen Hellboy geklaut, bisschen Justice League geklaut. Und der junge Invincible ist, wenn Peter Parker Superman wäre. Und das Einzige, was diese Serie so hat, was alle feiern, ist diese extreme Brutalität. Und die ist ganz nett. Das ist halt für Gore-Fans was, was okay ist. Aber habe ich auch schon alles 10.000 Mal gesehen und 10.000 Mal besser gesehen. Also ich muss aber auch sagen, weil ganz viele mir diese Serie so angehypt haben, so nach dem Motto besser als The Boys. Nein. Da muss ich sagen, The Boys fand ich da sehr, sehr viel besser. Auch wie, wie, weil ich hatte bei Invincible immer das Gefühl, so die Gewalt ist nur ein Gimmick. Bei The Boys, finde ich, passt es wenigstens irgendwo mit zu so einer Story. Gerade The Boys, also ich bin kein gigantischer Fan von The Boys Season 2 gewesen, aber The Boys Season 1 ist besser als Invincible. Und ja, also Invincible ist nett. Also ich finde es jetzt keine mega schlechte Serie oder so, aber den Hype um Invincible verstehe ich wirklich nicht. Wenn ich eine geile animierte Serie sehen will, die dann auch erwachsene Themen anspricht, guckt euch mal die Spawn-Serie an. Die ist geil. Oder guckt Castlevania auf Netflix. Bin jetzt gerade in Mitte Staffel 4, die auch sehr cool ist. Da habe ich nur die ersten zweieinhalb gesehen und die war auch super. Und was auch toll ist, ich mache gerade ein Rewatch von einer meiner Lieblingsserien, die ich liebe als Kind, ist Batman The Animated Series. Und die ist bis heute überraschend deep. Ich suche einen Rewatchball! Ich möchte hier in RichtungБ hoff-up! Ich konnte hier nicht nur Tallüben stehen.